Ist nicht wahr. Ja, beide. Okay. Lecker. Alles weg ist. So rum. Alles sauber hier, wie es aussieht. So rum. 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 Okay. 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 Hm? Wo ist denn? Nicht verfügbar. Da haben wir es ja. Mein Ticket raus. Klick, klick, klick. Transportkapsel bereit zum Einsteigen. Bitte Zugangsdaten eingeben. Achtung auf die Funktion. Notfallausdruck eingeleitet. Landung in T-3-2-1. Beides. Dann mal raus. Luft ist steckig. Die ist erdrückend. Wie Texas im Sommer. Kapsel 7, bitte antworten. Kapsel 7, wenn noch jemand lebt, bitte antworten. Zeit für einen kleinen Einbruch. Muss den Generalstab finden. Und die Odeln kurz für General Engels Schiffsstehen. Rein und wieder raus. Verdammt, ich verbrenne. Entschuldigung. 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 Oh, let's go to the cave. Zu heiß. Ich brauche eine Abkühlung. Komm schon. Geht. Okay, wir kommen jetzt da rein. Oh. Oh, okay. 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 Das war's für heute. Okay. There's one, there's one, there's a gun! I'm going to go. I'm going to go. Verdammt, ich verbrenne. Scheiße, selbst in der Station muss man mal geflogen. Ich bin hier, ich bin hier. Was ist das? Zu heiß. Ich brauch ne Abkühlung. Ich bin nicht mehr. Verdammt, ich verbrenne. Zu heiß, ich brauche eine Abkühlung. Ja, kommt doch schon. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Ah! Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Wohnt Was ist denn? Ja, es ist... Was ist denn? Was ist denn? Oh Ihr denkt vielleicht, dass ihr seid die Halle Aber von hier aus sieht's aus wie das Paradies Was war los? Hey Jesus! Okay, da liegt irgendwas oben drauf Das sind die Knifte Die Knifte Was ist das? Fart war eh egal Okay Wie ein Wie ein Na Woh Um Woh 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 Verdammt, ich verbrenne. Déjà-vu. Geht's! Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Okay. Oh, he's there! Oh, he's there! Willkommen beim Generalstab, Mitglieder, ein Haufen Arschlöcher. Habt ihr Arschlöcher, meine Odin Kurz? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ah! Untertitelung des ZDF, 2020 Das waren jetzt zu viele. Das waren zu viele. Der Hund hat mich überrascht. Nein! Okay. Der Hund hat mich überrascht. 1 Ah! Was für die Zähne ist? Willkommen beim Gena- Okay, jetzt muss ich nur noch zum Hauptterminal gelangen und die Odin kurz für den Ausmerzer besorgen. Ein Zweifel. Zwar einfach draufhauen. Oh, ein Kader. Ich muss das hier irgendwie reingehen. Oh, genau jetzt in der Wohnung. Nicht verfügbar. Oh. 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 Zzzzzzzz Warum nicht verfügbar? Achso, in der Mitte. In der Mitte. Mhm. Odenkurt, wo seid ihr? Volltreffer. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Schmeckt's dir, Vogel? Mach dich besser auf den Weg, mein Taxi kommt. Wieso ist die Notbeleuchtung an? Wo sind alle hin? Hier stimmt was nicht. Halt dich bereit. Hier stimmt was nicht. Überraschung! Herzlichen Glückwunsch, William. Auf dich, du Superheld! Ja! Hätte ich gedacht, dass ich so lange mache. Also auf Bruder Blazkowitsch! Den zähesten Schweinehund, den ich kenne. Terror, Billy! Wow, das nenne ich einen richtig guten Bananenkuchen. Der ist von Max! Max, alles! Oh! Hier kommt flüssige Liebe. Großer Gott, der brennt glatten Loch in den Bauch des alten Horten. Jungs! Also, wie war die Venus? Haben Sie mir irgendwas mitgebracht? Tja, der Souvenirladen war zu, aber ich hab das. Heilige Scheiße Blazkowitsch! Erzählen Sie von dem Schiff. Ich muss Ihnen auf jeden Fall vom Silberfisch erzählen. Ist das der Name, der Schiff? Ist ziemlich klein. Sigrun! Ja, Frau Grace? Hören Sie, ich brauch mal Ihre Regime-Augen. Ich gehöre nicht zum Regime! Wie immer. Also entschlüsseln Sie die Odin-Codes, damit wir das Abwehrsystem deaktivieren und den Ausmerzer kapern können. Ja, Frau Grace. Aber bitte, ich gehöre nicht zum Regime! Oh, tut mir leid. Habe ich Ihre Regime-Gefühle verletzt? Schluck's runter, Püppchen! Was zum Teufel, Gottverdammt! Scheiße! Kameraden, Brüder und Schwestern, vielen, vielen Dank! Morgen ballern wir auf das Regime, bis uns die Kugeln ausgehen. Aber heute, heute feiern wir Blazkowitsch! Hört, hört! Hey! Und ins Wusel! Nicht Ihrer! Hey! Hört, hört! Max! Na los! Ja! Na los! Ja! Na los! Na los! Ja! Ja! Ha, 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 ha! Oh! Oh Gottverdammt, da hat jemand die Toilette zugeschissen, ist doch nicht wahr! Sie haben deinen Kopf in diesem Glas aufbewahrt, Terror-Billy? Hey, Herrs! Herrs, Herrs! Max Heuss! Max Heuss! Na los, schnack schon zu! Max! Max Heuss! Max Heuss! Komm schon, William, der hält's auf! Komm schon, das geht besser! Runter von mir, Mädchen! Hör auf! Kusch, ich bin ein verdammter Wing Commander! Hör, hör! Max Heuss! Ich hör's! Max Heuss! Max Heuss! Max Heuss! Whisky? Also Horden fängt mit Mais an. Manchmal haben wir auch Gerste genommen. Ich glaube, ich mag Roggen, aber normalerweise nimmt er Mais und dann… Ah! Fergus! Wachen Sie auf, Sie müssen fliegen! Mann, wo ist Ihr Arm? Ja, anja, wie Sie hart drauf haben! Was ist los? Unser Pilot ist noch betrunken und wir hätten längst starten müssen. So, kann er in dem Zustand fliegen? Tja, mit nur einem Arm kann er ein Scheißdreck. Okay, Horten, Anja, geben Sie ihm Kaffee oder so, er muss nüchtern werden. Und Blazkowitsch, finden Sie Fergus' scheißarm, bevor ihr noch alles den Bach runtergeht. Gottverdammt! Fergus? Fergus! Hey, war auf! Hey! Fergus, ich bin's, Anja. Hey! Na los! Hoch mit ihm! Gut geböschelt, wie das ja. Herr Gott! Also, wenn ein Mann bis Oberkante Unterlippe zu ist, gibt's nur ein Heilmittel. Und das wäre? Hortens patentierte Katerkiller. Achtung, dass er seine Zunge nicht verschluckt wird. Fertig. Was ist da drin? Also dann, ein Esslöffel Ketchup, Orangensaft, eine halbe Dose Sardellen, zwei hohe Eier, Chili-Pfeffer, zwei Teelöffel. Fühnerbrühe, wenn möglich, Wustensaft und äh, ein Tässchen guter Whisky. Hm. Jawohl. Sie suchen nach Fergus' Arm? Tut mir leid, aber ich war zu sehr damit beschäftigt, mich abzuschießen. Okay, boah, da sind seine Augen. Hm. Hm. Gut, wir müssen ihn wahrscheinlich wirklich richtig suchen. Das machen wir aber... Hallo Mann, schon was gefunden? Ich kann leider nicht weiterhelfen. Gleich in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao.